Wieso? Ne, das habe ich abgebrochen vor 3 Jahren. Ich warte, wie kraft das bei der Cash ist. Ich könnte einen groß nehmen. Ich glaube, ich denke ich. Bord auf Müll. Ich habe eine Flüsse gemacht. Mach doch mal Handicap rein. Ich weiß nicht, haben wir die Deutschen. Wo kommen wir? Kein Schild. Mh. Mh. Hast du ein Schild? Extrem Slayer oder so? Normaler Slayer. Kann man das mit einstellen? Machen wir die Regen. Mh. 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 Uhhh, der ganz hoch. Ich hab ja was fallen. Bist du nicht bald? Nein, wir können bald. Ohhhh, immer weg, immer weg. Ey, wo bist denn du? Ich bin ungefähr für seinen Held. Wo bist du? Ich hab'n Ponyes gefunden. Ich fühl mir ruhig, mir ein Handicap rein zu. Ahhhh, ich hab' dich nicht abgemolkst. Du hast mir ein Handicap. Ob ich kaffe mich nur? Ja, ich hab' da jetzt noch ein Mittel. Lea ich auch, der? Ja, ja, schaffe ich. Ich geh mal ins Mittel. Ja. Und du stehst mir gleich ein Beschluss? Ja, ja, schon Na, ja, ich kann nicht raus, wenn du 8000 Kilometer weg bist. So, das ist ein Echsenkamer. Sonst rüber, die verriege ich bloß noch. Das ist einer auf dem Tach, oder? Boah, der hofft den Dörf drin. So wie erst geliehen. Boah! Ja, ich hätte fast geliehen. Oder fast? Fast nicht genug. Boah, die Ball! One-shot! Was tut die Arme? Ich hab schon gar nicht die Arme. Ich hab's den Match gekriegt. Ach, der hat seine Lieben hier. Ja! Ach, du hast gebrochen. Sind's für dich? So, ich hab's noch anders auf. Würden sie auch. Cool, superschön. Kann ich jetzt auch nähen? Bei mir ist irgendwo einer. Zu viel HP. Ja, aber. Müssen wir erst kurz abziehen. Aber ich hab den kurz richtig mehr abziehen können. Doch scheiße! Wow! Nein, so bitte! Ah, da war ein Ghost für mich hier. Mein Gott, ich bleibere mich! Jawohl! Okay! Jetzt hätte ich keinen Schuld mehr. Super! Wow! Oh klar! Was war jetzt jetzt? Wir sind nicht mehr gefahren, oder was? Nee, ich hab hier... Bist du auch mal gefahren? Ja, gerade. Oh, hier. Wollt ihr in der Water gefahren? Hat aber nicht geschafft. So, jetzt schnell Superschön. Schnell Superschön. Huah! Boah! Bist du da oben? Ja! Der hat mich gerade zusammengeschossen, wie ich einen Superschön aufgenommen hatte. Und ich war damit dicht abgezogen. Wollt ihr... Wollt ihr den? Das geht sannier! Komm schon! Komm schon! Ja! Hör ja, hör! Hör ja. Hör ja! Lippe! Jetzt wandere mich, blischt. Wollt ihr nicht? Bist du das nicht? Ich bin nicht dran! Scheiß, Dreck! Ich meine, du bist ja nicht, wenn er zuerst geschossen hat, wenn er davor schon um mich gefahren ist. Weil du da gesagt hast, du strichst unter Doppelbeschuss und dann schenk ich wirklich den Hupenbüster ab und denk dir, ahol, passt. Was? Nein. Nein. Wow. You killed a chef. Hey, du hast ein leichtes, dann möchte ich gerade. Ja. Wow. Da ist einer hinter dir. Hätte ich dir nichts umsollen. Ich hätte mir auch nichts gebracht. Was ist das, Kind ab? Hätte ich noch einen erwischt? Jetzt haben wir einen anderen weggelegt, ja. Ja, ich habe auch nicht gewohnt. Ich weiß nicht. Verdammt. Scheiss Dreck! Alter, der letzte hat er nicht gesessen. Merkrize. F***s. Ja, weil ich habe eine Benji geschmissen und dann hat mich die Benji weggehalten. Ja. Boah. Boah. Der war saugut. Der war nicht schlecht, du. Boah. Der war nicht schlecht, du. Da kommt auch ein Rekord. Los. Delete. Ja, Airborne. Deadborn. Nein, die sind sehr... Oh, F***! Hast du einen Blick? Aaaah! Nicht! Oh, da ist der... Der Tremius oder der... Der Watschi. Was? Äh! Was, die Benblöd? Ja. Irgendwie schon. Jetzt hast du mich... Jetzt hast du mich durch... Die Eruption hat mich nach oben drungen. Ich habe gar nicht mehr nach unten drungen. Ich habe gar nicht mehr nach unten drungen. Geil. Wer ist denn? Hallo? Wo ist denn? Boah. Der hat ja den Schuss. Ich weiß nicht, woher. Ich muss weg. Hau mal. Ich bin ja weg. Super. Hm, ich könnte jetzt hier den Größten schmeißen. Dann könnte ich vielleicht da hoch gehen. Nein. Die Möde. Ich glaube, das funktioniert nicht. Irgendwie glaube ich das auch. Und wenn ich zwei Stapeln verziehe? Ist er da? Ja, soll da sein. Ballerweil. Huah! Das ist mit der Laune. Damit er dann immer so leuchtet mit dem Schell. Was ist denn? Ich habe den Schell im Bildschirm. Ich gönne den. Dannziehen wir gezielt Ausweichen. Ich weiß nicht. Ich kann es selbst zücken. Meine du schlau. Die Kommnung ist zu schlau. Ich muss die Kommnung ist zu schlau. Die Kommnung. Tenke, die Kommnung ist zu schlau. Dass die Kommnung ist zu schlau. Nein! Hast du dich nicht selber umrattet oder? Ja! Jetzt spürst du bis er da steht! Jetzt spürst du bis er da steht! Wäre irgendwas ein Arschloch! Was ist denn das für ein Lob schon wieder hier? Ich dachte nicht! Jetzt ist es ausgestiegen! Bitte noch, ja! Hast du dich nicht gefressen? Ja, warum? Nicht so... Verdammt! Dünnerhau! Legst du da oben? Ja! Das stimmt gar nicht! Du bist gar nicht da unten! Das ist der Wachse! Fört dich doch! Wachim! Wo sieht das denn? Und dann kommt von vorne! Der Wachim hat am Anfang ganz... Au! Das ist der Wachse! Das ist der Wachse! Warum hast du das? Was ist denn das? Warum hast du denn getroffen? Das... Der fangst da hinten... Das ist der Wachse! Der ist sowas von gut! Der ist dann! Gekültet? Gekültet. Das gibt's doch nicht. In dem Moment, wo ich den Benji setze, dann hat mich den Kölner wieder weit weg. Du hast nicht gekült. Aua. Tuck. Der Lied. Ich habe dich genommen, der hat von hinten. Du hast mich aber nicht gekült. Du küsst mich nicht. Wir sehen, wenn wir die Hebring-Tüte oder nicht töten. Wir sehen, wenn wir die Hebring-Tüte oder nicht? Das ist besser. Dass ich jetzt da so rumkarren... Irgendwer schießt das nicht. Ja, okay. Ich würde mich nicht kennenlernen. Das gibt's nicht immer viel mit mir. Oh, fuck. Alle zwei nur noch ein bisschen. Willkommen auf mich. Jetzt geht's zu der Chester, den Bixen und der Benji. Auaah! Auaah! Ne, ne, er liebt dich! Wirks einmal. Ich hab den übelst eingedeckt, aber er wollte nicht sterben. Ein bisschen, wenn mein... Oh, fucking Bullshit! Oh, das ist los. Wut, was er denn? Zu ihr seid! Woos werden wir in dem Moment, wo ich schiezen, ein Trümmer teil, bevor ich ihn rausfliege? Oh, der Mann da oben ist ja sicherer, aber das will ich jetzt sehen. Hat der ich? Ja. Ich glaub du hast den Chef und mich hat der Chef. Scheiße, Scheiße, nein, wo ist er denn? Leider. Ja, 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 du bist mir doch voll eingeflohen. Hättest du ja ordentlich immer abgezogen. Ja dann. Ja, was ist denn? Das geht so nicht. Ich habe mich. Ich habe mich. Erst geht's. Erst geht's. Erst geht's. Erst geht's. Dann geht's. Oh, Scheiße, ich meine, ich hätte auch steckst mir gelesen. Erst geht's. Erst geht's. Erst geht's. Dann warst du wieder am Bildschirm. Leeroy. Okay, dann muss ich mich getroffen. Leeroy. Ich hab mich getroffen. Du hast mich getroffen. Nee, aber Stefan, der war hinter dir. Wie gut. Der hat mich noch nicht gesehen. Ach, der hat doch hässlich. Sie hat doch der Herr, die hat ich schon gesenkt. Alter, das ist mir so etwas passiert bei dir. Was ist das? Der hat einen Kopf, der kommt davor, aber ich habe zu frei abgehört. Mit dem Boost. Nein, nein, nein. Wo ist das? Das ist vorhin wieder rein. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Das ist wunderbar. Ich habe es überlebt. Nein. Okay. Okay, nein. Du warst echt schlecht. 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 Ich habe es wieder getroffen. Ich habe es wieder getroffen. Ich habe es überrasen, ob das nicht irgendwer war, wo sie noch nicht vorhanden ist. Der wohnt an die Westen nie. Irgendwie schon, aber ich bin immer noch der Leaf. Du? Du hast immer noch das Leaf? Ja, ein Frag noch. Schnell durch! Kann man Turbo runtergeholt? Du hast ja einen Turbo runtergeholt. So, jetzt stimmt. So, jetzt können wir ja wieder das Düsseldienst spielen. weitergehen.